Was ist das, da einfach dahinter zu verstecken? Was hat das denn alles gegossen? Na ja, kochen wir doch mal irgendeinen Käse. Kommt da wohl irgendwas raus? Cracker. Wow. Rezepte. Gegrillte Gemüseplatte. Dreimal Gemüse. Paprika-Gebäck. Brauche ich Paprika dazu. Gemüsepaste. Brauche ich Butter. Krasselig Gemüse, Tomatenkäse, Ding. Mir fehlen halt einige Teile, ne? Aubergine. Das ist eigentlich das Gescheitste, wenn ich grilltes Gemüse mache. Verlauf kann ich denn? Achso, da kann ich schauen, was ich ausprobiert habe. Unnötige Zutaten, erforderliche Zutaten. Unnötig, unnötig, unnötig. Da war halt wirklich nur die Cracker, was ich gemacht habe, ne? Da hätte ich das Basilikum nicht gebraucht. Wenn ich jetzt drei davon da haue. Achso. Alter, mit drei Obst kommt halt auch bloß ein Obstsalat raus. Gut, wenn wir schnell durch, kann man mehr reinschmeißen. Ich bereite zwei Gerichte zu. Achso, Dreamlight-Pflichten, ne? Das ist, was du jeden Tag irgendwie machen kannst. Verkaufe drei Gemüse, mache ein Foto, ändere dein Outfit. Oh, ich bin so sexy. Fuck mal. Oh Gott, das bringt ja nur 50. Na? Butter! Okay, ich muss auch bloß gedrückt halten. Warte mal, kriege ich immer zwei? Krass. Mal schauen, was bringt das dir? Oh, ich freue mich so, dich zu sehen! Ich habe was für dich. Äh, wo ist denn das? Da ist die Gemüseplatte. Wie wäre es mit dem blöden Bonbon? Ne, geht ja über die Cracker. Hier, der dämliche Obstsalat und der ist auf vier. Eigentlich müssen wir es nur vollstopfen, bis sie platzen. Gartenarbeit, Level vier. Kann mehr ernten. Nicht,5. Was ist das? Ist das ein Tor? Himmlische Bunt-Glasfenster. Ah ja, stimmt. Da muss ich zum Ding da irgendwas herzustellen, ne? Oh, Junge! Rock. Ne Mickey-Mini-Ding. Oldschool-Ding. Äh, Wohse. Okay. Ne Kommode. Sein gegrüßt, Nachbar. Ach, das ist eine Schaufensterpuppe. Auf Wiedersehen und bis bald. Ich hab dich schon gewundert. Weil das hört jetzt aus. Ich geb zu, ich hab gleich mal viel zu weit gedacht. Ich hab das nämlich da für so ein Spiel. Ja, wenn ihr euch das Schwarze wegdenkt. Ich dachte, hä, seid ihr bescheuert? Nur eine Schleife? Alter, ich denk zu, ich hab zu viele Spiele gespielt, ey. Dreamlight. Gereinigte Nachtscherben. Boah, was ist das da? Echt, Alter, der verkauft das vergammelte Fenster? Äh, das verkammelte Zeug da? Kann ich eigentlich. Dinge bestellen. Möbel. Alter, es gibt so fucking viel. Warte mal, hab ich das andere noch gar nicht freigeschalten? Ne, doch. Freundlichsten Dank. Auf welchen Level bin ich bei ihm? Zwei erst. Hier. Und dann bin ich bei dem, aber auf zwei, Alter. Bei dem hab ich die Hälfte der Zeit nur Aufgaben gemacht. Bestimme dir nicht, Dagobert. Hier ist dein blödes Gemüse. Boah, das bringt ja gar nichts, ey. Oh, oh, oh. Okay, die Bomben ausbringe schon ein bisschen was. Oh ja, ich bin so... Ha! Was ist das? Bist du ein verdammter Zombie oder so? Ey, da, 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 ich werde euch alle auffressen. Ich muss da eine Mission erledigen, ne? Micky will doch auch irgendwas. Creepy Micky, was ist los? Mit Micky abhängen. Komm schon, wir müssen mit Wartereien für das Vogelhaus finden. Bis bald! Vogelhaus? Wann ist das mit dem Vogelhaus passiert? Weiße Gänseblümchen, blauer Bartfaden. Äh, Faden? Wird schon Faden sein. Einer. Weiße Gänseblümchen. Sind das weiße Gänseblümchen? Ja. Ich glaube, da weiß ich, wo es noch welche gibt. Was ist das da? Achso, die Bomben aus. Äh, äh, Auf den Fadergast wird halt bloß ein Goofy. Ui! Ne, die Sounds mussten sie halt bloß irgendwo rausziehen, damit sie die nutzen können. Fuck, Alter, wo kriege ich denn jetzt zu blauem Bartfaden? Faden? Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich suche. Ich hoffe, hier gibt es auch genug, weil sonst habe ich ein Problem. Da ist einer. Ba-ba-ba-ba-m. Baue ein Vogelhaus. Michi hat eh einen Vogel, dann passt das schon. Er hat mich auch versucht, anzugreifen. Veraffst du die? Äh, äh, wo ist Miki? Ich bin mir doch unsicher, wo er da rumkammelt. Miki? Miki? Okay. Hm. Ist er bei sich zu Hause? Stimmt, er war wieder ein Elf aus seiner Hütte, ne? Tatsächlich! Was geht? Das Vogel aussieht toll aus, stell es im Dorf auf, wo es dir am besten gefällt. Scheiße. Ah ja, da steht es ja auf, stell es im Dorf auf. Wow, frag Micky, was er denkt. Der Vogel aussieht toll aus. Ich weiß nicht, was selbst einer ein Vogel wäre. Es ist aufregend, sich vorzustellen, dass alle langsam nach Hause zurückkommen. Aber am meisten freue ich mich auf die Rückkehr von jemand ganz bestimmten. Karakalo. Äh, mein liebster Mini, ich hatte gehofft, sie wiederzufinden, als du die Wiese begehbar gemacht hast, aber sie war nicht da. Vielleicht kommt sie ja zurück, wenn wir das Dorf seinen frühen Glanz zurückgeben. Holen wir sie. Oh, ich würde sie sofort herbringen, wenn ich nur wüsste, wo sie ist. Jetzt, da du hier bist, werde ich sie zurückbringen können. Du wirst irgendwie etwas Magisches an dir sind und sowas. Wenn du da bist, hat mich jetzt automatisch auch... Oh, das ist großartig! Hallo, du! Ich wünsche nur eines Tages werde heute. Ich verstehe dich, sie bedeutet dir sehr viel. Das tut sie. Ich könnte mir keine Lieben oder Liebste wünschen. So oft, sie vermisse ich all die Dinge, die wir früher zusammen gemacht haben. Wie Lieder singen und Picknicks machen. Vielleicht können wir Picknick machen, das war eine von Minis Liebnisbeziehungen. Ja, das Essen besorgen, blablabla. Das ist ganz voll! Mini wird vermissen. Fischbrötchen Rohkost. Wie macht man Rohkost? Alles klar, wir müssen fischen gehen. Junge, schreck mich nicht so! Verdammt nochmal! Wie dir halt einfach plötzlich in meinem Haus steht. Oh, das klitzert speziell. Oh, das ist ein großer Stein. Oh, ich bin mal zu früh drücken, Alter! Ich bin total für den Arschweiz im Rhythmus. Weil, irgendwie fehlt das Feedback, keine Ahnung. Sobald er grün wird, denke ich mir immer, oh, scheiße, Alter, ist es weg. Eigentlich muss er bis warten. Ah, das war zu weit. Ach, komm! Ach, komm! Das Zinn ist ziemlich von Arsch! Ah, ich und mein Timing, ey! Hä? Miki? M-Mini? Was ist was zur Hölle? Äh... Okay, Mini ist offiziell tot. Geil, ich kann das viel besser mit Augen zu. Weil du einfach bloß hörst, was passiert ist, statt zu sehen, ob der Kreis kurz vorm grünen ist. Weil du kannst es eigentlich fast nicht versauen. Bloß kriege ich Rohkost zusammen. Zweimal Gemüse? Äh... Fisch. Und Gemüse. Ne, warte mal. Fisch und Weizen. Fischbrötchen! Badabum! Keine Ahnung, Rohkost, das und das. Fischbrötchen! Grüner Salat! Basilikum und Rüste. Köstliches Gemüse. Koche auf Fisch-basierende Gerichte. Oh, wo ist meine Kiste? Da ist mein Lager. Äh... Bonbon. Oh, scheiße, das Lager ist ja auch voll. Oh, da ist ein Kristall. Den hab ich ganz vergessen. Oh, ich brauch eh zwei Fischbrötchen. Hä, das wird doch ein fucking Fischbrötchen, Alter. Was willst du von mir? Ich hab da eins. Fisch und Weizen. Ja. Hä? Wäre das andere Kaffischbrötchen irgendwo? Ja. Ich weiß nicht, wie Rohkost geht. Cracker? Oh, mein Rohkost ist vielleicht einfach nur... ...ein Gemüse? Keine Ahnung, schmeiß ich ein Bonbon auf. Oh ja, tatsächlich. Wow. Ich frag mich bloß, was er den Tipp jetzt gemacht hat. Oh, ich brauch fünf Rohkost? Für wen brauchen wir fünf Rohkost, Alter? Was fressen die eigentlich alles? Bring mir hier die Gerichte. Ah, geben. Geben. Ach so, was unterschiedliche Fischburger sind, ne? Wow, sieht das ganze Essen an. Folg mir zum Pickingplatz. Ich hab im perfekten Platz für wirkliche Wiese gefunden. Ja, das Zeug wird hier schon. Hören wir schon sehen, ob es vergammelt ist, oder? Zufälligerweise neben am See, wo wir Geister-Mini gesehen haben. Wahrscheinlich taucht sie dann auf und dann müssen wir hier erstmal einen Pflock durchs Herz rammen. Scheiße, sie ist ein Geist. Oh, ich freu mich so, dich zu sehen. Du Mini würde das lieben, den Himmel, das Gras. Diese Picknick hätte ihr sicher gefallen. Und ich bin mir sicher, dass ich dich gerne als Freund hätte. Ach, sie fehlt mir. Mickey. Ich glaube, da passiert was. Hallo, du! Wow, ist das Mini? War sie das wirklich? Wo ist sie? Warte, Merle und ich hab'n schon einmal gesehen. So was, Mini ist nicht verschwunden? Ich hab' auch schon gesehen, wie Mini auftaucht und war das, was du mir vorhin sagen wolltest. Es muss das Vergessen sein. Es sind nicht nur die Erinnerungen, die verloren gehen, auch die Dorfbewohner beginnen zu verschwinden. Wir müssen dann herausfinden, wie wir Mini zurück ins Tal bringen können. Und mit deiner Hilfe können wir's schaffen. Ich muss zum Erling gehen. Lass uns bald wieder drüber reden. Bis bald! Oh, ich freu' mich so viel zu sehen! Ich glaub, Mini würde das lieben. Der Himmel, das Gras. Picknick hätte ich ja sicher... Äh, soweit waren wir jetzt auch schon. Scheiße, holt die Ghostbusters. Ah, jetzt halt aber. Hallo, du! Er fordert das sechste Freundschaftslevel. Daaa, ich will ja nicht mehr mit dir zu tun haben. Bis bald! Mach's mich fertig. Höh! Höh! Was ist los? Du bist hier, schön. Denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ähm, darf du nur ein besserer Freund sein. Lass uns etwas luftigen, ich hab was für dich. He he, und jetzt lauf! Wieso willst du mich ja hacken, oder so? Und jetzt lauf! Aha! Da noch genug reinschmeißen. Da bin ich dann auch gespannt, wie am Ende Harvest Teller jetzt dann wird. Das kommt jetzt dann auch Anfang November raus. Und jetzt, mit jedem Fisch wird's wahrscheinlich ein anderes Fischbrötchen, ne? Hab ich da eigentlich schon wieder irgendwas? Ja, baue ich fünf Gemüse an, bereite ich ein Zwei-Sterne-Gericht oder besser zu. Koche ich ein Zwei-Sterne-Gericht oder besser, koche ich auch Gemüse-Basile-Gerichte. Alter, wir haben jetzt schon viertausend irgendwas. Ah, mal gescheit hinhocken da. Ich muss mir jetzt dann auf Stufe 6 kommen, damit man... ...mit dem Haus schläft. Hey, es ist erst 23.15 Uhr, ein fauler Sack. Aber Donald ist noch da. Es wird Zeit, Geld zu verdienen. Hehehehe. Aber... Schauen wir mal, was er dann zu Fischbrötchen sagt. Das sind wir schon mit ihm auf vier. Ja, da sind zwei und da ist eins. Fischbrötchen gibt aber auch mehr, ne? Okay, wir müssen mehr Fisch fangen. Alles geht ums Fisch. Wir kriegen 500. Ein schönen Tag noch. Das sind wir keine gef hurry auf dem Schiff. Alles goede. ErstImplish mit zwei, falle ich ange, bis die im Ohr chose zu worry. Autof. Tschüss. Schлектiv. Das war hier.